In unserer heutigen Lesestunde liest der Schriftsteller, Wissenschaftler und Publizist Harald Wallach aus seinem aktuellen Roman unter dem Titel Die Erscheinung – Die vierte Dimension im Leben des Dr. Winfried Nötrich Der Sekretär von Kardinal Katz, Dr. Winfried Nötrich, ersinnt den Plan, mittels einer fingierten Marienerscheinung den allgemein schwindenden Glaubenseifer wieder zu aktivieren. Die Zeugin der Erscheinung ist in der Krankenschwester Marianne, einer früheren Bekannten Nötrichs, schnell gefunden. Schon bald ist klar, dass Marianne und Nötrich unterschiedliche Hoffnungen mit ihrer Begegnung verbinden. Die Erscheinung – Die vierte Dimension im Leben des Dr. Winfried Nötrich – ist im Dezember 2023 im Tradition Verlag erschienen. Der Plan Der Plan ist gut nötrig. Kardinal Katz legte sichtlich zufrieden die Akte neben sich auf den Schreibtisch und bedeckte sie wie zufällig mit irgendeiner älteren Ausgabe des Observatore Romano. »Wir werden Ihnen morgen Monsignore Dementi vorstellen. Er muss eingeweiht werden.« Als er das Zögern seines Gegenübers bemerkte, fuhr er im Plauderton fort. »Sie wissen ja, ich bin Deutscher. Dementi ist Römer. Er hat etwas, was mir fehlt.« Zugang zur Kommission für die Prüfung von Wundern und Erscheinungen, dessen Vorsitzender Kardinal de Loeuf mir, wie Sie ja vielleicht wissen, nicht gerade wohlgesonnen ist. Dementi kann als Sekretär dieser Kommission in unserem Sinne votieren und uns wichtige Informationen zuspielen. Und noch eins nötig. Seine Stimme senkte sich ein bisschen und er blickte plötzlich unvorwandt mit stahlblauen Augen, die immer etwas Vages und Schneidendes zugleich hatten, auf seinen Kaplan. Es versteht sich von selbst, dass außer uns beiden und natürlich Dementi und jener Person, die den Auftrag ausführen wird, niemand, hören Sie, niemand etwas von der Sache erfahren darf. »Sonst kann ich kaum mehr etwas für Sie tun. Ich selber kann nicht weit fallen.« Einen Moment lang hatte Nödrich den Eindruck, als stünde jemand hinter ihm und bliese ihm eisige Luft in den Nacken. Wie unter Zwang wandte er sich kurz um, um sich zu versichern, was er ohne dies schon wusste. Leicht irritiert wandte er sich wie der Katz zu, dessen durchdringender Blick aus etwas aufgeschwemmten, überarbeiteten Augen mit den dunklen Ringen eines an der Leber leidenden noch immer auf ihm ruten, als wollte er mit einem Mal an den Grund seiner Seele sehen und gleichzeitig alle mögliche Rebellion, noch bevor sie dort empfunden wurde, heraussaugen. Was Katz sah, stimmte ihn zufrieden, denn er wandte seinen Blick ab. Sie wussten beide in diesem Moment, dass sie einen Pakt besiegelt hatten. Nödrich würde mit seinem Plan die Flutwelle des Säkularismus in Deutschland eindämmen helfen. Katz würde dadurch an Einfluss gewinnen und ihm weiter auf der Leiter der Würden nach oben helfen. Sollte nach Jahrhunderten irgendein Historiograf im Vatikanischen Archiv die Akten dieses Vorfalls finden, was im Übrigen äußerst unwahrscheinlich wäre, würde er, Winfried Nödrich aus Dillingen, als Retter des katholischen Glaubens im satten Mitteleuropa des ausgehenden 20. Jahrhunderts entdeckt werden. Und selbst wenn man keine Akten finden würde, was wohl eher der Fall sein dürfte, so hätte er immerhin die Genugtuung, dass es seine Idee war, dank derer ein Kardinal Katz, der einst, aber wer wollte an sowas denken, Katz, sicher, dem war es zuzutrauen. Falls er die Römer hinter sich brächte und mit diesem Plan könnte es gelingen, dann wäre er zweifellos der mächtigste Mann an der Kurie und er an dessen Seite. Katzens Blick glitt von Nödrich ab und blieb an einer Tizian-Reproduktion von Maria Himmelfahrt haften. Nödrich folgte seinem Blick. Auf diesem Bild aus der Frarikirche in Venedig erhebt sich eine unsterblich schöne und zugleich sinnlich irdische Frau ganz in Rot, welche Kühnheit, in den Himmel. Als wäre er ihr Eigentum. Die Apostel blieben gewissermaßen wie begossene Pudel auf der Erde zurück und Maria entgleitet ihnen. Der erste Mensch, der ganz in den Himmel entdrückt wurde, eine Frau. Welcher Skandal. Katz musste ähnliche Gedanken gehabt haben, denn er sagte, Sehen Sie, Nödrich, Tizian hatte Unrecht und Gott sei Dank haben so wenig Menschen bisher verstanden, was er sagen wollte. Maria war und bleibt die Dienerin Gottes und ihr Plan macht sie auch zu der Unsrigen. Wir sind die wahren Werkzeuge Gottes, ich und sie. Wieder überlief es nötig kalt. Er wusste, dass Katz eigentlich sagen wollte, ich bin der Diener Gottes und sie sind mein Werkzeug nötig. Aber sei es drum. Man würde ja sehen, wer hier wessen Werkzeug war und wer der wahre Herr. Gehen Sie nötig. Sie müssen sich für das Treffen mit Dementi gut vorbereiten. Er wird skeptisch sein. Einwände vorbringen. Wir, das heißt in diesem Fall Sie, müssen ihn überzeugen, dass es bald mit der Kirche in Mitteleuropa zu Ende geht, wenn wir nicht nachhelfen. Bringen Sie Argumente nötig, Schlagkräftige, Sie wissen, was ich meine. Mit einem Nicken entließ der Kardinal seinen Kaplan. Nachdem dieser gegangen war, trat Katz an den Bücherschrank, zog die voluminöse Summa des Thomas hervor, griff in den Raum dahinter und beförderte eine Flasche Armaniak ans Licht, goss sich ein kleines Glas ein und zog mit geschlossenen Augen den scharf weichen Duft des Konjaks ein. Und vor seinen Augen standen Bilder, die er immer mit sich trug. Aber diesmal hatte er ein tiefes Gefühl der Befriedigung, als er sie sah. Den kleinen Wolfgang Katz, den die Buben seines Dorfes hänselten und beflegelten, weil er nicht an ihren derben Späßen teilnahm und lieber las. Sie trauten sich das nur, weil sie wussten, dass sein Vater sich über ihn lustig machen würde, wenn er sich über sie beklagte, sagen würde, »Lass dir halt nicht alles gefallen, hau halt mal zu, wenn der rechter Bub ist!« Er sah sich in der Kirche vor dem Bild der schmerzhaften Mutter Gottes knien und ihr sein Leid klagen. Sie war die Einzige, die ihn verstand, sie mit den sieben Schwertern in ihrem Herzen. Sie hatte ihm immer Trost gespendet. Jetzt würde er ihr endlich vergelten können, was er von ihr erhalten. Sein Leben hatte er ihr einst geweiht. Vom einfachen Gelehrten und Privatdozenten für Mariologie war er, heute noch nicht 60-jährig, zum Kuring-Kardinal aufgestiegen. Einer der jüngsten und aussichtsreichsten. Wenn, ja, wenn, aber so etwas sollte man nicht denken. Die Vesperglocke weckte den Kardinal aus seiner Privatandacht und kommandierte ihn zu seinem Brevier. Er betete die Vesper mit besonderer Andacht das Magnificat. Hochpreise meine Seele den Herrn! Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Amen. Die Konferenz mit Dementi war andern Tags auf drei Uhr nachmittags anberaumt. Der schon etwas greise Dementi war ein wenig eher gekommen. Er war das Gedächtnis des Vatikans sozusagen, hatte er doch in verschiedenen Funktionen drei Päpsten gedient und war heutzutage noch immer in einer stattlichen Anzahl von Kommissionen. Er war einer der wenigen Italiener am heiligen Stuhl, die für Katz etwas Wohlwollen aufbrachten. Die Deutschen mit ihrer Pünktlichkeit und ihrer theologischen Spitzfindigkeit. Katz fühlte sich Dementi verbunden, weil sie beide eine besondere Vorliebe für unsere liebe Frau hegten. Und umgekehrt war das wohl auch der Fallwähnte Katz. Deswegen war er Dementi auch beim Papst gut angeschrieben. Gleichzeitig war der förmlich eine gefährliche Klippe. Man würde sie geschickt umschiffen müssen, damit sein frommes Gefühl nicht etwa irritiert würde. Guten Tag, Monsignore Dementi, danke, dass Sie sich Zeit für uns nehmen, begann Katz die Unterredung mit einer leichten Verbeugung in Richtung auf Dementi. Mein Kaplan, Dr. Nötrich und ich, wir haben in letzter Zeit mit großer Besorgnis die Lage der Kirche jenseits der Alpen verfolgt. Wir sind zu der erschreckenden Bilanz gekommen, dass die Kirche dort in weniger als zwei Generationen in der Diaspora sein wird, umspielt, ja verschlungen von einem Meer des Säkularismus. Was das bedeutet, lieber Monsignore, brauche ich Ihnen wohl kaum zu schildern. Bedenken Sie, das einzige Herzland des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation, ganz zu schweigen von den Einnahmen. Aber das wird Ihnen, Herr Nötrich, besser schildern können als ich. Und einen Rettungsplan. Einen ehrgeizigen zugegebenermaßen, aber vielleicht den einzig wahren, bedenkt man, die Lage. Claudio Dementi, ein pummeliger, gemütlich dreinblickender Mann, blickte mit seinen wässrigen Äuglein von Katz zu Nötrich und sagte einladend, Eminenz, ich bin gespannt. Nötrich holte seinen Aktenberg aus der Tasche und breitete ihn um sich herum aus, gleichsam um die Profundität seiner Studien ins rechte Licht zu rücken und gleichzeitig den Wall gegen den Säkularismus, den er beschreiben wollte, handfest zu machen und begann. Wie Ihre Eminenz und Monsignore vielleicht wissen, letzte Woche habe ich im Observatore eine Analyse darüber geschrieben, hat unlängst eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe unter Leitung von Prof. Buckel in München zusammen mit Prof. Warnberger, dem Dominikaner, Professor für Pastoraltheologie, eine Studie vorgelegt zum Thema Die neue Religiosität der Jugend. Die Sache ist Ihnen sicher bekannt, höchst lästig, hat aber viel Beachtung gefunden. Alle namhaften Medien, sogar Fokus, Zeit und Spiegel haben darüber berichtet. Wenn es nur Polemik wäre, könnten wir sie vergessen, aber es ist mehr. Gut fundiertes Zahlenmaterial. In Kürze, nur noch jeder zehnte Jugendliche zwischen 17 und 19 geht heute mindestens einmal im Vierteljahr in die Kirche. Nur 5% der Jugendlichen halten die kirchliche Moral, vor allem die Sexualmoral, verbindend. Nur jeder Fünfte würde kirchlich heiraten wollen und nur noch jeder Vierte sein Kind taufen lassen. Hingegen bezeichnen sich 70% als im weiteren Sinne religiös. Aber diese Religiosität verläuft in anderen, in neuen Bahnen. Sie kennen alle die Schlagworte. Neue Religiosität, Esoterik, New Age, Buddhismus, ja sogar Chassidismus und Islam. Kurz, wenn der Trend so weitergeht, hat die Kirche spätestens dann, wenn die Kinder dieser Jugendlichen groß sind, nichts mehr zu lachen. Zwar ist die Studie nur auf Deutschland bezogen, aber die Zahlen dürften für die Schweiz und Österreich nicht anders liegen und in Frankreich ist alles noch viel katastrophaler. Und nachdem Deutschland in Europa eine gewisse kulturelle Vorreiterrolle hat, wird sich der Trend in die gut katholischen Länder Spanien, Italien, Portugal fortsetzen. Das ist also unsere Ausgangslage. Nötig machte er eine Pause, um die Wirkung seiner Worte abzuschätzen. Katz nickte anerkennend. Dementi wiegte sinnierend den Kopf und strengte sich sichtlich an zu begreifen. Dieser Buckel, oder wie er noch heißt, und der Dominikaner, sind das nicht ausgemachte Feinde oder mindestens Kritiker der Kirche, warnte er ein. Buckel, ja, erwiderte der Kaplan. Unlängst hat er ein übles Machwerk. Sie glauben, was der Hahn kräht, herausgebracht. Eine Kamouflage ohne Boden. Warnberger hingegen ist einer jener Kritikaster, denen nichts recht ist, aber immerhin ein Dominikaner und im Grunde loyal. Und gegen die Studie gibt es nichts zu sagen. Ich habe mir die Unterlagen angesehen und derzeit rechnet eine kleine Gruppe an der Gregorianer die Daten nach. Sie wurden vom Meinungsforschungsinstitut Allensbach repräsentativ erhoben, bezahlt übrigens von der Stiftung Kirche und Welt. Daran gibt es also nichts zu rütteln. Und ich nehme mal an, dass die Statistik stimmt. Nun, wir haben uns aufgrund dieser Daten gefragt, was braucht die Kirche? Und wir sind zu dem Schluss gekommen, ein Wunder, rief Dementi spontan. Sie sagen es, Monsignore. Aber Wunder gibt es nicht mehr, sinnierte Dementi ein wenig traurig. Dann müssen wir eben ein bisschen nachhelfen. Dementi blickte erstaunt. Ja, nachhelfen, Sie haben richtig gehört, Monsignore. Nötrich war in Form. Wir werden ein Wunder lancieren, Monsignore. Irgendwo in Deutschland muss es eine Marienerscheinung geben. So etwas wie damals in Lourdes oder Fatima oder meinetalben La Salette, aber mit einer besseren Organisation. Aber bitte, meine Herren! Dementi war nun indigniert. Sie können der heiligen Jungfrau doch nicht vorschreiben, wo und wie sie zu erscheinen hat. Das nicht. Aber wir könnten, sagen wir mal, ihr ein bisschen dabei helfen. Sehen Sie, wer hat die Erscheinungen denn gesehen? Denken Sie an Medjugorje. Ein paar Kinder, niemand sonst. Und alle pilgern hin und lassen sich bekehren. Aber Medjugorje ist zu weit weg und zu instabil. Es muss zentraler sein, besser steuerbar, leichter erreichbar. Wir könnten doch jemanden finden, der die Jungfrau sieht und sagt, was sie von ihr gehört hat. Und fertig ist das Wunder. Bei diesen Worten breitete Nötrich die Hände ein wenig aus, fast so, als würde er einen Pudding anpreisen. Ja, aber das ist Blasphemie, rief Dementi empört. Aber nicht doch, Monsignore, griff Katz ein und fuhr in kollegialem Ton fort. Sie wissen besser als jeder andere, dass ich als Mariologe sowohl wissenschaftlich guten Ruf genieße, als auch eine tiefe Ehrfurcht für unsere heilige Mutter hege. Glauben Sie mir, eine tiefere Frömmigkeit bei den Gläubigen wäre auch im Sinne der heiligen Mutter. Das spüre ich jeden Abend nach dem Rosenkranzgebet genau. Die Sorge der heiligen Mutter, ihr Sehnen nach mehr Andacht. Oder glauben Sie vielleicht, die heilige Jungfrau würde sich darüber freuen, wenn ganz Deutschland heidnisch würde? Ganz zu schweigen von den Einnahmen, die die Kirche heute dringender denn je benötigt. Dementi schwieg schmollend. Wir könnten mit so einer kleinen Erscheinung vielleicht eine Wende herbeiführen. Bedenken Sie, Europa für die Kirche zu retten oder zu verlieren, das steht hier auf dem Spiel. Und Sie, mein lieber Monsignore, müssen uns dabei helfen. Sie als Sekretär der Kommission für Wunderfragen und Anerkennung von Erscheinungen haben einen gewaltigen Einfluss. Und ab jetzt tragen Sie auch dafür die Verantwortung, ob die Kirche in Europa bestehen bleibt oder untergeht. Nichts Geringeres als das. Und es könnte ja einmal der Zeitpunkt kommen, wo ich mich erkenntlich zeigen kann. Katz blickte den Monsignore unvermittelt an. Für den Bruchteil einer Sekunde wechselten Licht und Schatten auf dem faltigen Gesicht des Prälaten. Der Schlag war ein Treffer. Katz sah es. Und war zufrieden. Die Wege des Herrn sind dunkel. Wer kann sie kennen? Zitierte Dementi sinngemäß. Ich will mich nicht in den Weg stellen, wenn ich der Verbreitung seiner Botschaft dienen kann. Aber bitte geben Sie mir Zeit. In meinem Alter braucht man etwas Zeit. Selbstverständlich, Monsignore. Aber wenn ich Sie bitten darf, Discretio. Discretio mater virtutum. Hat das nicht der heilige Gregor gesagt? Außer uns drei weiß niemand etwas und soll auch niemand etwas erfahren. Und wenn unser Plan klappt, ist es auch gar nicht nötig, nicht wahr? Ganz wie Eminenz wünschen. Die Vorbereitung Der Plan lässt sich gut an. Kardinal Katz wandte sich zufrieden, lächelnd Dr. Nötrich zu und blies eine dicke Wolke Havanna-Rauch in dessen Richtung. Mein Gebet steige auf zu dir wie Weihrauch, sagte er, als Nötrich etwas vorwurfsvoll hüstelte. Katz war kein Asket, beileibe nein, obwohl er diesen Wesenszug an seinem Sekretär schätzte. Asketen waren in aller Regel zuverlässig und getreu, wenn sie einmal für etwas oder jemanden gewonnen waren. Er, Katz, war keiner. Dazu fehlte ihm das moralische Rückgrat, wie sein Vater das genannt hätte. Er war für die Via Media oder für die Vita Mixta. Von allem etwas. Ein paar Bußübungen das Jahr. Kein üppiges Essen am Aschermittwoch und Karfreitag. In der Fastenzeit keine oder höchstens billige Zigarren. Zigarren waren für Katz der besondere Genuss. Er bekam sie fast immer geschenkt von den Nonnen, denen er Messe las oder wenn er mal einem Festakt vorstand. Nötrich konnte geschickt bereits im Vorfeld die Vorlieben seiner Eminenz durchsickern lassen, sodass es wie ein doch völlig unnötiges Überraschungsgeschenk aussah, wenn ein Kistchen Monte Cristo, die hatte er schon wegen des Namens, am liebsten auf seinem Tisch stand. Österreich war, was die Zigarrenfabrikation anlangt, katastrophal. Drum fuhr er auch so ungern hin. Außerdem war er als Bayer dort ohne dies außer Konkurrenz. Damals, beim Empfang des Heiligen Vaters, hatten ihn die Mönche von St. Peter in Salzburg, österreichischen Most und Jubiläums Virginia vorgesetzt. Er hatte das wahrscheinlich völlig richtig als verdeckten Affront gedeutet. Denn der Cocktail aus sauren Birnen, Äpfeln und womöglich Alpenstroh mit Bilsenkraut hatte ihn gehörig eingeheizt und durchgeräumt. Er hatte damals viele frommschämische Gesichter unter den jungen Klerikern gesehen und wenn er aus der Toilette kam, stand wie zufällig einer am Waschbecken und wusch sich die Hände. Er hörte sie insgeheim tuscheln. Jetzt hat er schon dreimal Miersen da kurz. Die Salzburger konnten ja kein richtiges A sagen, diese Erztrottel. Seither war ein österreichischer Jubiläums Virginia sein privater Bußgürtel. Etwas für Fastenzeit und für bittere Stunden, wenn er zwar die Anregung des Tabaks brauchte, sich aber zugleich den Genuss versagen wollte. Heute nicht. Heute war ein Tag für Monte Cristo. Wieder blies er dem vorwurfsvoll hüstelnden nötrig drei dicke Ringe Tabak qualm vors Gesicht. Haben sie gesehen? Trinitarisch nötrig, Trinitarisch, sagte er bedeutungsvoll. Vestigia Trinitatis in omnibus sunt notando, verballhornte er Thomas Bonaventura und den von ihm sonst nicht besonders geschätzten Ignatius. Zufrieden mit seinem theologischen Bonmot wandte er sich dem eigentlichen Thema zu. Ich glaube, Dementi ist gewonnen nötrig. Die ungewisse Aussicht auf Promotion sitzt, bedenken Sie, jetzt unter drei Päpsen gedient und doch nur Sekretär und Monsignore mit der Würde eines Kurienbischofs. Er hätte Besseres verdient und er weiß das. Aber außer mir scheint es niemand bemerkt zu haben. Dementi war immer eine Spur zu fromm und eine Spur zu wenig klug. Das falsche Verhältnis, wenn man weiterkommen will bei der Heiligen Mutter Kirche. Mit etwas weniger Frömmigkeit schafft man es auch bis an die Pforten des Himmels und mit etwas mehr Klugheit kommt man auf Erden weiter. Wie hat unser Herr gesagt? Klug wie die Schlangen. Und arglos wie die Tauben ergänzte der Kaplan. Ja, aber von fromm sein keine Rede. Wie auch immer. Dementi will endlich wer sein und das wird ihn auf unsere Seite bringen. Das gilt übrigens auch für Sie. Ich werde mit meinem Dank nicht kleinlich sein bei denen, die mir wohlgesonnen sind. Der Kaplan wendete sich leicht zum Fenster und verbarg damit einen Anflug stolzen Lächelns. Und nun zu den weiteren Planungen. Dürfte ich hören, welche konkreten Überlegungen Sie sich zur Ausführung unseres Plans gemacht haben? Nun, Eminenz, da wäre erst einmal die Frage des Ortes zu entscheiden. Ich habe einige Vorschläge, die Sie sich bitte anhören wollen. Zunächst grundsätzlich, muss es Deutschland sein? Wäre auch die Schweiz ein möglicher Ort oder Österreich? Für die Schweiz spreche etwa, dass ein solcher Wallfahrtsort für viele attraktiv mit Ferien zu verbinden werden. Was die Anziehungskraft sicher steigern würde. Nein, nötig ausgeschlossen. Stellen Sie sich vor, die Schweiz, wo denn dort? Etwa in der Zentralschweiz? Da könnten Sie hundert echte Erscheinungen haben, solange die Jungfrau nichts über die Vorzüge der Schweizer Volksdemokratie sagen würde, bekämen Sie keinen Felsklotz für einen Kapellenbau ohne Votum des Schweizer Volkes und ohne Vernehmlassungen und den ganzen demokratischen Wahnsinn. Oder Graubünden mit Bischof Igel an der Spitze. Der würde uns alles ruinieren. Oder der Tessin mit seinem italienischen und den schluderigen Tessiner. Nein, die Schweiz kommt nicht in Frage. Wie wäre es mit Österreich? Land der Ströme, Land der Dome, Land der Marienwahlfahrten? Man könnte etwa die Katause Marien-Thron bei Axbach auf diese Weise aktivieren, hätte ein Haus und historischen Boden dazu oder in Tirol auf der Brennerstrecke gut von Rom und München zu erreichen? Tirol kommt nicht in Frage. Die Tiroler sind zu stur. Es dauert dort alles hundert Jahre, bis es akzeptiert ist. Die Tiroler haben immer noch nicht begriffen, dass Südtirol zu Italien gehört, obwohl das nun schon mehr als siebzig Jahre so ist. Und bevor man sich über den wahren Besitzer des Gletschermanns aus dem Ötztal einiges vergeht, wo noch so viel Zeit wie jener im Eis gelegen hat. Und was, wenn die Tiroler mit Skiern und Schneelawinen oder mit Heuwagen die Inntalautobahn sperren? Nein, das ist mir zu unsicher. Und sonst? Österreich? Ja, sehen Sie, Österreich an sich wäre nicht schlecht. Aber wer glaubt schon einem Österreicher? Wenn in Österreich heute jemand eine neue Erscheinung gesehen haben will, glauben es ja nicht mal die eigenen Leute. Und wenn wir einen der neuen linientreuen Bischöfe dazu bringen, die Werbetrommel zu rühren, geht aus purem Protest niemand hin. Und die Medien schweigen's tot, weil die Trotteln nicht wissen, wie man mit der Presse umgeht. Und schließlich würde irgendein Stift aus dem Waldviertel Zwettel, Schlägel oder so einen alten Besitzbrief auf den Erscheinungsort in den Archiven finden oder finden lassen und das Ganze zu einem lukrativen Fremdenverkehrsgeschäft machen. Nein, nötig, nicht Österreich. Wenn's nicht unbedingt sein muss. Dann aber Deutschland. Aber wo? Wie wär's mit dem alten Osten? Da gibt's sowas nicht. Vielleicht wäre das der Einstieg, um die Gegenreformation im Osten Deutschlands einzuleiten. Irgendwo im Thüringer Wald, etwa auf dem Rennsteig in Sichtweite der Wartburg. Gewissermaßen im kulturellen Herzland Deutschlands. Anknüpfend an Elisabeth von Thüringen, der Platz, an dem sie einst schon Elisabeth die Stille und die Einsamkeit der Natur suchte und sich der heiligen Jungfrau im Gebet anvertraute und so, in Sichtweite des Schandflecks der Kirchengeschichte. Luther zum Trotz sozusagen. Ah, keine üble Idee. Aber ich halte das für zu gefährlich und infrastrukturell für zu schwierig. Der katholische Klerus wird die Wände noch lange zu verdauen haben und die Tourismusindustrie, Hotelbetten etc. muss noch aufgebaut werden. Das dauert die Jahre. Und dann können wir nicht auf das gläubige Volk vor Ort bauen. Das sind zu wenige. Wenn wir Medienwirksamkeit wollen und das brauchen wir, dann brauchen wir katholische Stammlande, nicht Diaspora. Gut. Also, dann kommt nur Bayern in Frage. Ja, das sehe ich auch so. Welche Pläne haben Sie zu Bayern? Wir könnten entweder eine der alten Wallfahrten aufbauen, Altötting zum Beispiel oder etwas Kleineres, Maria Vesperbild im Schwäbischen oder etwas ganz Neues. Wir brauchen was Neues nötig. Das Alte zieht nicht mehr und bei allen alten Orten wäre die Öffentlichkeit gelangweilt. Es muss neu und außergewöhnlich sein. Dann kommen wir nicht daran vorbei, die Erscheinungen an einem neuen Ort zu installieren. Bayern steht fest. Ich denke, aus geografischen Gründen dürfen wir nicht so weit in den Süden oder Osten gehen. Da werden die Zugverbindungen und das Klima schlechter und die Leute sind zu verbohrt. In Franken ist schon zu viel Reformation eingedrungen. Ich hätte an das schwäbische Bayern gedacht, Eminenz. Schon aus lokalpatriotischen Gründen. Sie wissen, ich bin in Dillingen geboren, wie der heilige Ulrich. Bei Dillingen wuchs nötig ein bisschen so, als wolle er andeuten, was er Dillingen und Dillingen einem künftigen Professor Bischof Kardinal nötig zu verdanken habe. Die Grundidee finde ich ausgezeichnet nötig. Irgendwo im Bistum Augsburg muss es sein. Die Tradition 955 Schlacht auf dem Lechfeld, Bollwerk gegen die Heiden aus dem Osten, der heilige Ulrich, die heilige Afra, die römische Jungfrau, Zentrum der Kultivation der Länder nördlich der Alpen unter den Römern, erster Keim des Christentums im römischen Germanien, gezeichnet. Mir scheint schon aus kirchenpolitischen Gründen Augsburg der geeignete Standplatz. Das Bistum ist einigermaßen unkompliziert, die Augsburger Bischöfe sind traditionsgemäß nicht sonderlich herausragend, fromme, solide, schwäbische Mittelklasse mit unauffälligen Doktorarbeiten. Und der Augsburger Diözesanbischof ist ein alter Studienfreund von mir, der uns keine Knüppel zwischen die Beine werfen wird. Katz sog versonnen an seiner Havanna. Der Bischof von Augsburg würde es nicht wagen, seine Diözesanenrechte annötig, ihm, Katz gegenüber geltend zu machen. Dessen war sich Katz gewiss. Augsburg als möglicher kultureller Anziehungspunkt für kulturbegeisterte Wallfahrer, Einbindung in den Diözesanen Wallfahrtsplan und so fort, Anbindung ans ICE-Netz eine halbe Stunde und doch so weit von München. Ja, nötig, ausgezeichnet, Augsburg. Aber wo im Bistum? Augsburg selber? Glaubt niemand. Irgendwo in den Stauden vielleicht, Violau oder Mickhausen? Verkehrstechnisch schwierig scheint mir. Oder mehr gegen das Allgäu? Börishofen? Marien Wallfahrt mit Kneippkur? Ich sehe schon die Prospekte von Cuon hinein, das geht nicht. Wie wäre es mit Otto Beuren? Ich weiß nicht, ob wir die Benediktiner mit hineinnehmen sollen. Natürlich würden sie nichts erfahren. Aber wer weiß, zu was die fähig sind, wenn ihre jahrhundertealte Ruhe im geistigen Milchgürtel des Voralpenlandes durch eine neue Wallfahrt und Horden von Franziskanern und Focolarini gestört würde. Die wären im Stande und würden über ihren Kardinal, wie heißt er doch gleich, ja richtig, Dr. Pater Anselm Windschütz oder auf das Doktor legter Wert, übrigens wussten sie das, jedenfalls über ihren Kardinal intervenieren. Ich glaube sogar, dass dieser Pater Anselm in der Kommission für Wunderfragen als außerordentlicher Berater für mittelalterliche Wundergeschichten tätig ist. Er hat damals über die wissenschaftliche Möglichkeit des Wohlgeruchs heiliger Leiber Verstorbener promoviert, sehr gelehrt, und gezeigt, dass es unter den Bedingungen der Campania tatsächlich möglich war, dass ein toter Leib wie der des heiligen Thomas Düfte ausströmte, wie berichtet wird. Nein, nötrig, bitte keine Benediktiner, bitte nicht Otto Beuren. Überhaupt scheint mir eine etablierte Ordensgemeinschaft, sofern sie Anrechte auf einen Platz hat, ungeeignet, weil Animositäten unvermeidbar wären. Kapuziner als Wallfahrtsprediger vielleicht, aber erst später. Eine andere Idee, Altenmünster, 30 Kilometer westlich von Augsburg. Ein schlagendes Argument, eines der besten Biere weit und breit. Sie exportieren sogar ins Badische, habe ich unlängst gehört. Was zwar nicht viel heißt, weil die Badner nichts vom Bier verstehen, aber die schmucken Flaschen mit dem antiken Bügelverschluss sind schon in jedem Getränkemarke in der ganzen Republik zu kaufen, und das Brauereiemblem mit dem Zwiebelkirchturm könnte man sich zunutze machen. Ich kenne Altenmünster nötig, war selber mal dort. Kirchenpolitisch ungeeignet. Dort leben ein paar exklaustrierte Nonnen, ein Novum in der neueren Kirchengeschichte übrigens, sind Padauts nicht freiwillig gegangen, sondern haben sich rausschmeißen lassen. Unleidige Sache. Die Oberen hätten sie vernünftig abfinden müssen, vielleicht wären sie dann in Frieden gegangen, aber so, wo gibt's das denn? wollen bleiben und bringen es fertig, dass man sie feuert. Der schwarze Peter in Rom verstehen sie, sowas kann nur bei Frauen vorkommen. Nun stellen sie sich vor, bei einer Medienkampagne, wie sie bei einer neuen Wallfahrt unvermeidbar ist, kommen ein paar Journalisten auf diese Geschichte. Sie würden der heiligen Jungfrau den Rang ablaufen. Nein, nötrig, unmöglich. Außerdem Sub Sigilo Silenzi verbindet mich mit einer der Damen noch aus meiner Münchner Zeit her eine unleidige Geschichte. Sie kennen das, wie studierende Nonnen ihre geistlichen und geistigen Lehrer anhimmeln, manchmal mehr als einem lieb ist. Katz Blick wanderte einige Momente in die Ferne und schien vage zu suchen, so als hätte er von weit her eine Melodie vernommen. Nein, nötrig, stellen Sie was bei einer höher Dotierung einer solchen Wallfahrt unausweichlich wäre, wie peinlich und schmerzhaft für die Schwester sie verstehen. Selbstverständlich Eminenz. Plötzlich empfand der Kaplan eine Welle der Sympathie für den sonst so gefühlsarmen Funktionär des Heils, als hätte er einen Zipfel seiner sonst gut verborgenen Seele zu fassen erhalten. Auch der Unnahbare war also nicht makellos. Aber obwohl seinem Beichtvater die Vergehen gegen das sechste Gebot auf Lateinisch sagen würde oder gar auf Griechisch oder ob es auf Griechisch diese feinen moralischen Abstufungen gab und sucht mit sich selbst mit anderen etc. Nötig fielen die Vokabeln nicht ein oder ob er gar diesen Punkt übersprang und ob der diskrete Padre Agustino nachfragte manchmal würde er viel darum geben wenn er es wüsste pfui nötig sagte er zu sich selber und sein Gesicht zeigte eine plötzliche Miene des Abscheus die Katze in diesem Moment verständlicherweise auf sich selbst bezog und etwas indigniert aber gleichsam wehrlos über sich ergehen lassen musste er hielt es für klüger zum Thema zurück zu kehren also bis zum Augsburg steht fest jetzt noch der geeignete Ort nötig breitete vor seinem inneren Auge die Landkarte des Bistums aus die er zur Genüge kannte immerhin hing sie im Studienseminar zu Dillingen wo er bis zum Abitur die Schulbank gedrückt hatte in unbeaufsichtigten Momenten hatte man mit Kaugummis und Papierbolzen darauf geschossen wer Dillingen traf hatte gewonnen daher war Dillingen und seine Umgebung auf der Karte abgewetzt die Einfallspinsel von Lehrer dachten weil die Schüler auf den Nabel der geistlichen Welt zu zeigen liebten ich glaube ein wenig nördlich von Augsburg vielleicht unweit von Donauwürth etwa an den Lech abhängender Stauden das läge an der viel befahrenen Zugstrecke Augsburg Nürnberg gut mit dem Zug zu erreichen eine halbe Stunde von Augsburg wer es ruhiger liebt kann nach Donauwürth ausweichen die romantische Straße alle Sea Europe in Three Days Touristen die mit dem Bus die romantische Straße nach Rothenburg ob der Tauber gekarrt werden könnten Station machen was für die nötige Internationalisierung sorgt Amerika Japan Spanien wie wäre es mit Oberdrosselhausen Allzug Station sogar wenn mich nicht alles täuscht die Bahnstation liegt außerhalb des Ortes wenn man den Erscheinungsort auf den Lechabhang positionieren könnte was allein aus optischen und traditionellen Gründen naheliegend wäre könnte man gleich einen zumutbaren Pilgerweg von vier Kilometern ab Bahnstation ausbauen und für die Fußmaroden einen kleinen Pendelverkehr in den Ort und von da noch einen Kilometer bis zur möglichen Wallfahrt Tja Eminenz Oberdrosselhausen schiene mir geeignet ich kenne den Ort nicht nötig ich bitte sie bringen sie mir doch gelegentlich einige nähere Informationen Karten Ansichten Bahnverbindungen und so weiter von ihrer Beschreibung her klingt passend den Namen finde ich allerdings ungeschickt wie das klingen würde heilige Maria von Oberdrosselhausen dem wäre abzuhelfen durch einen Flurnamen beispielsweise ließe sich die ganze Erscheinung auf dem Feld bei einigen Bäumen inszenieren und dann als heilige Maria auf dem Felde oder heilige Maria drei Linden benennen oder sowas was recht alt klingt ja explorieren sie doch diese Möglichkeiten nötig und machen sie mir bis nächste Woche detaillierte Vorschläge ganz konkret mit möglichen Reisezeiten etc mit gewohnter Präzision Eminenz erwiderte nötig selbstzufrieden schließlich war nötig bekannt für seine Sorgfalt hatte er doch seinerzeit an seiner mariologischen Dissertation über die Verehrung der heiligen Maria und die Geschichte des Rosenkranz Gebets im Kloster Maria Medingen von 1595 bis 1623 als Beispiel schwäbischer Nonnenfrömmigkeit und ihres Einflusses auf die Volksfrömmigkeit unter besonderer Berücksichtigung des Rieses und der Stadt Nördlingen zweifelsfrei zeigen können dass Hugo Rahner Gregor von Natians falsch zitiert hatte nämlich Gregor von Nüsser gemeint und dabei noch die falsche Seitenangabe gemacht hatte das hatte ihm bei seinem Co-Referenten einem Jesuiten eine halbe Note schlechter beschert was auf Intervention der Fakultät allerdings rückgängig gemacht werden wusste sodass er nötrig rehabilitiert mit Summa Cum Laude und als präziser Nörgler und theologischer Querulant in die Annalen der Fakultät einging Katz seinem damaligen Mentor hatte das Eindruck gemacht er mochte nämlich die Rahner Dynastie nicht auch wenn der alte Karl seines Meisters Lehrer war Präzision ist eine meiner guten Eigenschaften die Eminenz sich vielleicht erinnern erwiderte Nörgler mit unverhohlenem Stolz innerhalb der nächsten Woche werden sie alle nötigen Unterlagen auf ihrem Pult haben ich weiß Nörgler erwiderte der Kardinal und vergessen sie das wichtigste nicht wer wird die Person sein welche die Erscheinung sehen wird dies ist eine der heikelsten Punkte in unserem Plan Es muss eine glaubwürdige junge Frau sein nötig guter Leumund einfach aber nicht dumm möglichst ohne Theologie oder sonstiges Studium der Sache der Kirche verpflichtet eine glaubwürdige Jungfrau sie verstehen keine Männer Geschichten und irgendwie aus der näheren Umgebung damit niemand Verdacht schöpft sie darf unter keinen Umständen mit ihnen oder mit mir in Verbindung gebracht werden können und wir müssen trotzdem sicher gehen dass sie uns gegenüber absolut loyal ist verstehen sie all das habe ich bereits selbst überlegt mit verlaub eminenz ich habe einige Gedanken die ich ihnen angelegen dich weiterer präzisierungen vorzutragen gedenke allerdings muss ich noch abklärungen treffen bis diese getätigt sind werden noch einige tage vergehen vielleicht muss ich zu diesem zweck reisen nötrig stimme hob sich leicht wie um eine Frage und stille bitte um Erlaubnis anzudeuten tun sie was ihnen notwendig scheint unter wahrung der nötigen diskretion versteht sich ich lasse ein konto bei der bank ambrosianer auf ihren namen einrichten sie können darüber verfügen keine rechnungen winfried nötrig ist in dillingen bei augsburg angekommen wo er seine frühere bekannte marianne trifft der ausflug andern tags wachte marianne zeitig aus einem unruhigen oftmals unterbrochenen schlaf auf dennoch fühlte sie sich frisch das ist die aufregung das neue die erwartung konstatierte der oberarzt in ihr zu viel adrenalin im blut meine liebe und das alles wegen eines priesters der fast zehn jahre älter ist als du und nichts will als sich ein wochenende um die ohren schlagen bis er montag in sein flugzeug steigen kann und wenn schon soll er doch seinen spaß haben und ihr macht's auch vergnügen konstatierte die oberschwester in ihr weitblickend in einer tieferen schicht ihres wesens war marianne einfach glücklich jetzt ein wochenende mit nötig verbringen zu können sie hatten verabredet dass sie eine kleine spritztor unternehmen wollten donau abwärts bis donau wird vielleicht nördlingen harburg romantische straße sie wollte claudia fragen ob sie ihr auto ausleihen könnte klar kannst du mein auto haben ich habe sowieso bis morgen früh dienst aber was willst du denn mit meinem auto ach so wer denn ein besuch so so ein besuch ist ja spannend ist er nett und hübsch ist er vielleicht sogar verliebt was ein priester du arme ich hätte dir etwas besseres gewünscht na wenigstens bist du dann sicher also pass auf um halb gehe ich aus dem haus du kannst vorher zu mir kommen wenn nicht nehme ich Schlüssel und Papiere mit in die klinik du kommst vorher gut also bis dann claudia mit ihrem frotzelei ausgeliefert sein du verunsicherst den heiligen mann ja in seiner berufung und was tust du wenn er dir einen antrag macht oder mit dir ins bett will claudia konnte über derlei dinge reden wie über eine speisekarte im wirtshaus mariane schwang sich aufs rad und fuhr zu claudia das auto steht unten ihr müsst öl nachschauen und tanken falls ihr weiter weg wollt und nicht schneller als 110 fahren bitte ist ein alter herr der kleine kadett hat schon fast 100.000 gefahren und ich kann mir derzeit keine neuen leisten sag mal was ist das denn für ein mysteriöser besuch kann der auch auto fahren mariane gab eine ausweichende antwort ach ein folgar priester den ich noch von der gruppe her kenne einer aus rom der mich ein bisschen was von der gegend zeigen will na dann schönes wochenende und gute fahrt ihr könnt den wagen bis morgen mittag behalten solange schlafe ich aber am nachmittag will ich vielleicht fortfahren am besten wirfst du schlüssel und papiere in meinem briefkasten wenn du zurückkommst falls ich noch schlafe meine ich herzlichen dank bis dein schatz claudia auf dem rückweg kaufte sie noch brötchen winfried würde zu ihr zum frühstück kommen hatten sie ausgemacht als sie kam stand er schon frösteln vor ihrer wohnungstür wie ein ehemann der von einer nächtlichen kneipentour kommt seine schlüssel vergessen hat und sich nicht zu leuten traut dachte sie als sie die wohnung aufschloss und ihn einließ blickte er sich interessiert um musterte als erstes die etwa zwei dutzend bücher die sie besaß ein paar fachbücher ein paar romane bergengrün der spanische rosenstock römisches erinnerungsbuch kishon lenz böll und ein paar fromme bücher legau caretto roger schütz chiara lubig mit schnellem blick möglichst unauffällig überflog er die fotografien an den wänden eltern die schwester sie selbst und eine gleichaltrige vermutlich claudia ein poster von simone weil kein mann zufrieden ließ er sich am tisch nieder während sie kaffee kochte für ihn sie selbst nahm tee und eine kerze anzündete winfried nötrig war gut gelaunt plauderte über seine erfahrungen in rom seine tätigkeit gab allerhand klerikalen klatsch zum besten während marianne den tisch steckte und das frühstück bereit machte anschließend holten sie claudias wagen und fuhren in einen noch nebligen morgen der aber laut wetterbericht sonne im weiteren verlauf in sich barg das bewahrheitete sich als sie durch donauwörth geschlendert waren schlug nötrig vor die nordheimer barockkirche zu besuchen man fuhr also das lechtal hinab um besagtes bauwerk zu besichtigen ein ein altes benediktinerinnenkloster vorallberger wandpfeiler schema wessobrunner stuckaturschule architektonisch sehr schön auf dem lechabhang weithin sichtbar deckenfressen von alto monte bemerkenswert der stuckmarmor mit seiner farbmodulation die kein natürlicher marmor ihn hervorbringen kann und das barocke programm der himmel kommt auf die erde die erde wird zum himmel überall die engel boten des himmels heilige vorläufer und fürsprecher patrozinium marie himmelfahrt das fester verherrlichung des menschen denkmal ein mensch mit haut und haaren im himmel maria die erste hat erlebt was uns verheißen ist trotz seines dozierens ist etwas von der begeisterung spürbar die ihn zum priester hat werden lassen dachte mariane und ließ sich gelehrsam das programm der kirche erläutern die inschriften entziffern und das ja das ist der heilige benedikt und sein zeichen der giftbecher die legende sagt dass man ihn vergiften wollte und als er den becher in die hand nahm zersprang er in scherben und das gift ran auf den boden darüber das benediktus kreuz mit dem anagramm c s s m l n d s m d krux sankta sit mihi lux non draco sit mihi dux das heilige kreuz sei mir licht der teufel sei nicht mein führer im wie wär's mit mittagessen marianne ich bin ich bin furchtbar hungrig wollen wir gleich hier in die kloster schenke ich wäre dafür noch ein paar kilometer weiter zu fahren wo nicht so viel betrieb ist hier musst du vor allem zur mittagszeit immer damit rechnen dass einmal ein bus japaner daherkommt oder noch schlimmer amerikaner oder ein wallfahrer bus und dann ist es aus mit der gaudi ein paar kilometer weiter sind ein paar nette orte und so fuhr man weiter ober drosselhausen zwei kilometer stand auf dem wegweiser klingt lustig wollen wir's da versuchen wenig später saßen sie in einem landgasthof eigene metzgerei deftige speisen man hätte staniolpapier mitbringen und sich die reste einpacken lassen sollen das hätte für die übrige woche gereicht das merken wir uns falls wir mal wieder in die gegend kommen meinte nötrig wieso sollen wir mal wieder in die gegend kommen dachte marianne man weiß ja nie fügte er hinzu als hätte er ihre gedanken erraten wollen wir uns ein wenig die füße vertreten ober drosselhausen liegt am westlichen abhang des lechs und zieht sich den hang hinauf sie schlenderten durch den ort ein hübsches schwäbisches dorf hübsch hergerichtete häuser eins wie das andere kleine bauernhöfe manche offensichtlich nicht mehr als solche benutzt denn wo normalerweise der mist vom reichtum des besitzers genauer von der anzahl der kühe im stall kündete war nun ein gähnendes loch oder schlimmer ein opel in metallis zu sehen als sie das ende des dorfes erreicht hatten waren sie fast schon oben auf der höhe des lech abhangs angekommen in der ebene unter sich sahen sie weit im osten den anderen lech anstieg dazwischen musste sich in der eiszeit ein gewaltiger strombahn gebrochen haben jetzt war der lech nur noch in der ferne zu ahnen wo die uferauen mit ihren weiden und pappeln einen im sommer silbrig grünen jetzt noch braunen streifen in die landschaft zeichneten dazwischen felder und im norden die umrisse von donauwörth weit im süden andeutungsweise schlote von fabriken welche schon die nahe schwaben metropole augsburg ankündigten sie wanderten über die felder die zwischen kleinen wäldchen eingebettet lagen wie bilder in einem rahmen unweit vom ortsende gabelte sich der weg in zwei wege einer lief nach südwesten der andere nach norden zwei riesige linden standen an der gabelung dazwischen ein spätbarockes wegkapellchen mit einer gipsmadonna vor der plastikblumen standen ein verwelkter blumenstrauch und ein grablicht ohne sie ließen sich nieder und saßen eine weile schweigend an dem idyllischen plätzchen die leute die diese bäume pflanzten und das bildstöckchen errichtet haben hatten ein gespür für orte sagte mariane unvermittelt es ist so zauberhaft hier man will am liebsten bleiben ja die wegkreuzungen waren schon immer spezielle orte was glaubst du winfried wie alt sind die linden an der tafel angebracht 4 bis 500 jahre bestimmt sonst wären die bäume nicht geschützt also älter als der bildstock sicherlich aber vermutlich war da immer ein wegzeichnen kreuz ein heiligen figur oder so etwas claudia weißt du die uns das auto geliehen hat sie ist ein bisschen esoterisch interessiert sie behauptet an so alten wegkreuzungen würde sich die energie verdichten und durch solche bäume gesammelt wenn ich jetzt so sitze und den platz auf mich wirken lasse kommt mir fast vor sie hat recht die esoteriker mit ihren energien sie vergessen immer dass es die menschen sind die einen platz zu dem machen was er ist die menschen die in einer kirche beten und seit jahrhunderten gebetet haben die machen den ort zu dem was er ist nicht umgekehrt wenn das stimmt dachte sie müssen hier viele liebespärchen gesessen sein das hier scheint mir ein platz zu sein an dem menschen ruhe besinnung vielleicht auch traulichkeit gesucht haben sagte sie dabei sah sie ihn von der seite an ja er ist einladend er hast du eigentlich schon daran gedacht was wir für ein seltsames paar sind winfried ich meine du ein priester du hast zwar keinen talar an aber ich wette dass alle dich mit deinem grauen anzug und der dunkelblauen krawatte gleich für einen priester halten und ich ein naives mädchen fast zehn jahre jünger als du was sind wir eigentlich für ein paar sie versuchte etwas scherzhaft zu klingen war aber nicht sicher ob es ihr gelungen war ich bin dein onkel du meine nichte oder sowas ähnliches gab er scherzhaft zurück nein jetzt im ernst wie stehen wir eigentlich zueinander sie war ein wenig auf der bank nach außen gerückt um ihn besser sehen zu können was meinst du wie stehen wir zueinander wir haben uns auf exerzitien kennengelernt ich habe dich eine zeit lang geistlich begleitet wir haben uns aus den augen verloren ich bin zufällig in die gegend gekommen habe dich besucht du hattest zufällig frei ich zufällig gerne mit dir zusammen und für dich ist hoffentlich auch kein Martyrium mit mir zusammen zu sein und falls es sich ergibt können wir wieder ein wochenende miteinander verbringen uns erzählen was gemeinsam anschauen uns austauschen ist das nicht gut und gut genug oder folgte sie hinaus doch doch es könnte ja sein dass du mich langweilig findest es peinlich finden könntest mit so einem jungen mädchen auf einer bank unter alten linden zu sitzen was am ende die leute denken würden warum hier kennt uns doch keiner die können doch denken was sie wollen ja aber falls sie uns kennen in dillingen könnten wir zufällig bekannte treffen du deinen alten seminar direktor etwa oder wenn wir jetzt in rom wären ja rom wäre schon was andres da müsste ich acht geben nicht ins gerede zu kommen aha dachte sie würdest du auch in rom mit mir auf einer bank sitzen das ist ja wohl etwas hypothetisch wir sind doch nicht in rom wenn du mich mal zufällig besuchen kämpfst und ich Zeit hätte wohl schon aber beides ist sehr unwahrscheinlich oder man kann nie wissen vielleicht muss ich mal nach rom fliegen eine Niere abholen und der Spender braucht länger zum sterben als gedacht warum ich würde mich freuen wenn du mich besuchen würdest antwortete er wirklich ich glaube ich mache das mal jederzeit nur melde dich vorher an dass ich auch da bin weißt du Winfried was ich so schön finde wir wissen was wir voneinander halten sollen du bist Priester hast deine Berufung und deinen Stand ich zwar noch nicht aber ich achte andere Leute Berufung ja mein Weg ist klar versetzte nötrig obwohl ihm immer unklarer zumute war und auch deiner wird sich klären du bist jung bist vielleicht verliebt oder wirst es bald sein wirst deine Bindung eingehen und heiraten und wenn du willst traue ich dich und deinen zukünftigen auch das war vorschnell kommentierte der innere Promotor Fideen Nötrich tut mir leid es ist mir ausgerutscht antwortete Nötrich kleinlaut seinem oberen wirklich wie schön du das machen wir gleich fest aus das heißt falls ich mal heirate Mariannes Eifer schien in die Ferne zu gleiten mit ihrem Blick Harald Wallach las aus seinem Roman Die Erscheinung die vierte Dimension im Leben des Doktor Winfried Nötrich der im Dezember 2023 im Tradition Verlag erschienen ist Dezember Amen. 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 Amen.